Ich bin mein Hero, jawohl! Oh! Ja... Ich bin Flametrooper Kid! Riese Dair Mit Riese und Paco Paco? Pato? Für Paco, der alte Spanier Und äh Wie im letzten Video ist auch noch Redemptor und Singrek mit dabei Die haben das auch wirklich gut gemacht Und genau Hier ist jetzt Shotgun-Zeit Denn Wir sind ja jetzt hier Gastzeit ist Shotgun-Zeit Hast du schon eine Schnecke in deinem Gesicht gehabt? Oder eine Slug? Nacktschnecke Ich war aber wund, ich hab schon die eine oder andere Nacktschnecke im Gesicht gehabt Die fällt mir dran Warum sind denn die so schnell bei Delta? Äh, warte jetzt Ja, ein Fahrzeug auf uns, ich saß noch Oh Gott Oh, oh, oh Ich versteck mich einfach hier Ach so, da konnte ich mal unterwegs Ah, aber einen hab ich noch gekriegt Mit meiner Sören-Söhren-Söhren-Söhren Und da laggt einer so hart Und da hast Battlefield 4.exe Ja, wir sind Profi So, versuchen wir das nochmal mit Delta Komm wir hier rein? Nein Ich glaub die Map hab ich, weiß ich nicht Vielleicht einmal gespielt oder zweimal Interessant, dass ich in diesem Spiel immer noch neue Maps spielen kann Hüpp So Schade Oh, der wird selbst gesprengt Ah Oh Da ist Ende Schade Das war eine sehr, sehr hohe Mauer Ja, ich merk grad hier die Die Sören-Shotgun Die ist irgendwie Die ist irgendwie nix für mich Der Panzer wurde vaporisiert Oh Charlie, Minimap, pass auf Äh, was war denn hier meine Lieblings-Standard Wir gehen jetzt auch hoch Die Automatiko Da ist jetzt Charlie ein Ja Automatiko ist Maschinenpistole Ja, doch, das kann man hier machen Ja, ich spiel nur Automatiko Das hat die lächerlichste Waffe Ja, ich merk's grad wieder Oh, können wir hier inzwischen setzen Automatiko graben Hipfire Nein! Nein! Oh! Shoshateleskopik Wenigstens heißt er Putzmaschine Ja, aber das ähm Läuft auch Läuft auch eigentlich Gut, also 100 Kills als, äh, Assault, ja? Oh! Sakreblöd Äh, jetzt lebt auch nur noch Der Redemptor Wie das aussieht So, jetzt müssen wir ja Die Putzmaschine hat mich auch grad gekillt Ja, der Nimmel Ja, Redemptor, come on! Mach ihn, mein Hero, jawoll! Oh! Ja! Ich bin Flametrooper-Kid Mann, jetzt hab ich grad was getrunken Und die Flasche ist noch auf Oh! Oh, lol, one shot Schürz mich mal kurz Ich muss hier in den Getränkflöffel zudrehen Müsse! Ja, ja Krieg kann weitergehen Ja, gut, Flammenwerfer ist natürlich auch fein für so ne Map Joa, weiter zu Alpha Ach ne, hier, Backflag Hörma, lieber Echo Oh! 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 Zweimal mit einem Schuss! Nice! Jetzt kommen sie uns bestimmt nicht so langsam entgegen Und wie hab ich grad die ganze Zeit die Marseillais im Kopf Die Hymne dudelt da durch Rechts! Joa! Delta ist aufrecht! Nice! Ja, jetzt heilen sie doch mal bitte Wo ist denn dieser Medic hin? Guckt mich blöd an Heilt mich nicht Ah! Da kommt der! Super! Mann hat ins Haus vom Teamkollegen geworfen Das reduzieren wir Komm mit Ich mach hier mal die Tapeten ab Nein! Der kommt vorn rein Ist jetzt oben Ist jetzt oben Über dem Raum, wo du gerade angefangen hast Ich hänge irgendwo Ich sehe überhaupt nichts Wird schon stimmen Wird schon stimmen Wird schon stimmen Das ist leider einer Ich hab Punkte bekommen meine Leiche an den Angriffsbefehl ausgeführt Sehr gut Er geht zurück zu Charlie Das ist eine Menge Die ist leider auch relativ offen Die Flagge habe ich eben gemerkt Wird echt gerne ein bisschen feuern Und ein bisschen Amor hätte ich auch gern Ein bisschen Amor Komm hier sind weg Gib Gips den Munition-Plex, wow! Oh, der Headshot! Oh, war der lecker! Ach, der ist schon befriedet. Ja, da ist doch noch irgendwo einer. Äh, Alpha weiter? Der wiegt jetzt 50 Kilo mehr. Delta-Feld, Delta-Feld. Okay, hier kurz noch über Alpha, denn Alpha fällt auch. Und da war ich noch nicht. Ja, relativ große Strecke. Ach, haben sie es endlich so gemacht, dass ein Verteidigungsbefehl automatisch zu einem Angriffsbefehl wird, wenn die Flagge die Zugehörigkeit wechselt? Ja, ich hab das haben sie jetzt auch reingemischt. Ah, da müsste man natürlich auch eine Weile drüber nachdenken. Ja. Da wird erst eine demokratische Debatte gehalten. Ja, es erschließt sich auch nicht so einfach, dass das eine gute Idee wäre. Ich denke, bleibe ich an irgendwas hängen. Ist ja nur ein Sniper bei dir gewesen, oder? Habe ich schon. Beide Sniper wurden... Aus dem Spiel genommen. Ausgradiert. Äh, Delta? Ach, hier? Ach ne, die ist doch dort. Hab ich eigentlich... Ach so. Fällt jetzt erst wieder ein, dass der... Flammenmann ja leider gar keine Pistole hat. Das wär schon ganz geil eigentlich. Oh, da wo die Sniper waren, da ist immer noch einer. Nee, trümmern hinter der A-Flagge. Zwischen A und D quasi. Nix da. Nix da. Nix da. Das kann doch nicht sein. Römischer Imperator. Ja, du hast ihn auch noch angezündet. Ja, ja. Aber trotzdem. Mit seinen Bartek-Knüppel. Schade. Legatus Augusti ist hier. Der Kaiser himself. Äh, Echo geht down. Ich geh gerade mal bei Echo raus. Wir hoffen, das einfach im Alleingang zu holen. Da sind jetzt zwei. Eier A. Einer hab ich. Der andere ist oben. Oben. Guckt in die Trümmer. Er rennt jetzt Richtung Delta. Noch einen. Oh. Noch einer, dieser... Jake is mad. Ah, Echo halten wir. Komm, links von dir. Wahrscheinlich Pato irgendwo. Hier ist er doch. Gut. Nee, das war er nicht. Hier vorne noch. Oh Gott. Zwei. Oh, ich hab ihn. Aber es war noch einwand anderes. Oh, Revive-Train. Aber völliger Revive-Train. Hier fährt ein Auto. Rearotend hat's auch nicht geschafft. Auto ist weg. Ach nee, ist unser Auto. Gut. Wo seid ihr? Wo? Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir auf. Zwei Kopfschuss. Bravo. Äh, Delta meinte ich. Achtung, von rechts. Geht durch. Ich geh weiter. Ihr macht das schon. Oh, ich werd vergast. Ja. Machen wir den. Achso, Delta hält sich. Ah, geil. Guter. Guter. Schuss. Dann, äh, lasst mal über Charlie-Verteidigung gehen. Was? Wo bist'n du? Äh, in der Mitte bei Charlie. Ach, da. Toll. Wird gar nicht gesehen im ganzen Anzeigengewitter. Der noch da, ne? Boah, der hat schon. Hahaha. Das ist so cool wie der Shotgun hat. Dann können wir ja auch zur Alpha. Achso, Bravo ist da drüben. Das hab ich noch nie gesehen. Wir haben nen Tank, ne? Bei Bravo. Das ist gut. Ich bin Assault. Ja, ich auch. Achtung, die von der Rekondistoren zuerst. Ich weiß nur, ich ignorier die jetzt mal grade. Ja. Nein. Ja, ich konnte sie nicht ignorieren. Oh, mich hat's zerlegt. Der ist hinter der Wand im Haus. Kommt nix rum. Kommt nix rum. Kommt niner. Mehr Glück als Verstand gerade. Oh, da oben war noch einer. Ah, hier ist der war. Ja, da oben war noch einer. Ja, Redemptor. Redemptor. Tu es. Ja, der hat mich auch gerade wieder geholt. Ja, der sieht mich gerade nicht. Der sieht mich gerade nicht. Doch, jetzt sieben. Nein. Sechs, fünf, sieben, acht. Niemand kann so schnell rechnen. Kommt nix rum. Ah, sechs noch. Kommt. Nein. Äh, fünf. Drück ich denn auf zwei. Er ist runter auf fünf. Vier, drei, zwei, eins. Kommt. Oh nein. Jetzt hat sie zerlegt. Ja, schade. Aber er hat's versucht. Ja, bei mir läuft nicht so. Gerade. Aber das kann ich natürlich wieder schön auf die Map-Kenntnis schieben. Jolo. Lass mich hier rausspringen. So, es ist immer noch Delta. Delta ist immer noch richtig. Oh, da oben sind auch wieder ganz viele. Ach, der FIFA-Fan ist auch da. Ja, dann. Jetzt kann er sich bewähren. Ja. Sogar zwei, äh, Healer. Was ist denn da los? Ja. Ja, jetzt kommt er. Da kommt der FIFA-Fan. Jawoll. Kriegt er mich auch noch? Oh, da gibt's heute keine Ruhe. Der ist, der ist on fire. Der ist on fire. Nee, mich hat er nicht geholt. Ich war anscheinend nicht. Ich bin die durch, deshalb. Jetzt verstehe ich. Ich kann nicht mehr ziehen mit, Mann. Ich bin die durch. So, wir müssen da jetzt mal an Delta ran. Warte, ich bin hinter dir. Guck mich. Ja, hinter dir ist eine gute Position, merke ich gerade. Da unten liegen Minen. Seh ich gerade. Go, 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 go. Leider nicht, wo hier die Durchgänge sind. Dann gehen wir doch mal zu Charlie zurück. Ah, hier. Okay. Machen wir doch mal. Können wir eigentlich gleich weiter zu Alpha. Die Waffe macht mich gerade nicht glücklich. Jetzt geht's schon wieder. Boah. Das war hier gerade, ey. Das war Pac-Man. Oh mein, so ein Häuserblock, wo ich die ganze Zeit gelaufen bin. Wacka, wacka, wacka. Dann gehe ich nach Ausgewinn und wieder zurück. Du hast auch Pillen eingeworfen dabei. Ja. Ich hab auch Geister gesehen. Ich hab alles eingeworfen, was ich gefunden hab. Boah, scheiße. Ach hinlegen, kann ich mich ja auch nehmen. Irgendwie ist das Spiel dunkler geworden, hab ich das Gefühl. Ja, hab ich auch. Wenn wir das Gamma jetzt auch ein bisschen höher machen. Ja, das ist aber, das ist halt die Map. Ist da oben nicht einer? Da ist da einer. Oh, da ist auch noch einer. Dieses Ding, SMG 0818, also das... Da komm ich ja nicht drauf klar. Noch einer, noch einer. Jetzt ist es nicht nur dunkel, jetzt ist es auch noch neblig. Ja, es ist immer gut zu wissen. Es ist immer leicht, sich zu entscheiden, wo es als nächstes wie geht. Ist deine Brille angelaufen? Die ist gar nicht neblig. Mitrailleuse Ennemi! Vorna! Attention! Monitorenfehler. Der Tami war ein bisschen leicht, der noch versucht hat wegzusprinten. Aber, 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 aber. Ja, jetzt kommen sie hier von überall. Fein! Das, das wollte ich. 6 HP. War wahrscheinlich auch. Ah, ich hab die Treppe hängen geblieben. Wir haben ein Objektiv genommen. Ja, das ist aber... Schon... Wird schon ein wenig dominiert hier auch. Oh! Da kommt ein Medic vorbei. Na sowas. Sag ich aber danke. Ich hab zu real Objektiv! Was jetzt hier für ein Menschenstrom auf C ist. Das ist ja krasser als bei der Gamescom. Das habt ihr doch aber Gamescom-Feeling. Schon mal ein bisschen vorbereiten. Ja, brauchen wir auch einen Panzer. Um durch die Hallen durchzukommen, ja. Das bist doch immer du, Greaser. Was soll das denn jetzt heißen? Nur weil ich eine Schneise hinter mir schlage. Wird andere folgen können. Ah, jetzt wird's aber gerade richtig finster. Ah ja, von, von Alpha kommt aber auch hier. Die Human Centipede. Delta Depeat. Delta will down gehen. Komm, Easy Methan. Jawoll. Ich geh mal Delta dann. Revived in Gas und Feuer. Weg. Da ist doch einer. Gerade durch. Hier kommt, äh, ein Panzer endlich mal. Warte, ich hab andere Seite, Delta. Warte, ich hab andere Seite, Delta. Danke. Kann ich noch so eine? Nee. Oh. Ich bin nicht cool, die Wien legen. Wir haben uns blockiert da, glaub ich grad, Fabian. Ah, schade. War der Panzer, die Waffen ist deaktiviert von dem? Oh. Ja, ich hörte dann. So, ja nicht. Ja, ich hab jetzt keine Moon mehr. Ah, halt. Das geht noch. Ja. Ich hab jetzt gerade eine Granate hingeworfen. Einen, einen werde ich ja wohl treffen damit. Leider Moon los. Fuck. Ich geh einfach mal zu Fuß rum, in der Hoffnung, dass man den irgendwie in die Seite fallen kann. Aua. Oh. Oh. Ja. Zumindest zwei. Jo. Ja, ich hab leider keine Munition mehr für den Panzer, der da hinten noch rum... Oh, hier, die Treppe hoch ist einer. Rechts. Rechts, Breezer. Rechts hoch. Genau, da ist einer hoch. Pauz. Au. Oh nein. Ja. Von der Seite. Potato, potato. Ich bin Kartoffelman. Oh, Tesla Burner. Macht das Ding. Eins. Ein Eins. Oh, jetzt bei C. Da ist richtig Action Jackson. Die wurden niedergemäht da in der Gasse. Der kommt hoch, der kommt hoch. Ja, der schmeißt was. Aua, mein Arsch. Der liegt? Oh ja, die Granate. Ich hab nur noch... KFC? Doch nicht? Nee. Der ist weggerannt. Sechs. Kann man nicht nach dem Medic rufen irgendwie? Ging das nicht? Oh. Ja, der musste mich jetzt nur anspucken. Der kann dich rufen, also dass du nicht skippst. Ja, ne, ich hab eigentlich, eigentlich hab ich gelebt. Aber, äh, dann doch nicht mehr. Kann ich bei dir spawnen, Pado? Ja, ich bin klar. Langsam krieg ich die Kurve wieder, was die KD angeht. Richtung Alpha. Man sieht im Spawnscreen jetzt auch die HP von ihm hin. Ja. Lass mal hier links und dann gleich wieder rechts, Pado. Ich hab nicht mehr viel Money. Ich bin auch bei euch. Ach so, was? Äh, das ist mir egal, was falsch. Ich hab hier den Pado hinterher. Versteh' dir. Hast du den? Ja, ne? Ich hab hier zwei. Ja, hinten einen angeschossen. Äh, Granate fliegt zu kurz. Was? Aua. Oha, ich bin voll reingerannt. Hab ihn. Der hat mich auch gelöscht. Mit der 1911. Putzmaschine, da war er. Ja. Medic! Ähm. Medic! Jo. Boah, was da für ein Feuer von da hinten kommt. Ja. Ich glaub, jetzt können wir hier mal ein bisschen warten, denn hier kommen bestimmt ganz viele um die Ecke gleich. Was? Ich hab gerade irgendein komisches Achievement bekommen mit so einem Messer, aber da war ich leider schon tot. Boah, ich bin einfach direkt da im Holzfeuer der Vernichtung. Ja. Vielleicht die letzten Meter doch noch ein bisschen Shotgunnen. Aber was war denn die, die da so gut bei mir funktioniert hat? War das die... Die... Trenchgun? Trench. Die Model... Nee, Model 10. Ich weiß noch nicht mehr, Slug oder Normal. Ich glaub... Ich glaub normal. We are losing objective Charlie. Charlie geht down. Irgendjemand zu Charlie. Oh, jetzt geht's natürlich wieder an die Flagge. Einen hab ich. Nice. Was hast denn du für eine, Paddo? Von der Shotgun? Ähm. Oben, Sjö. 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 Jetzt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ich dachte schon, wieso hab ich keinen Schaden gemacht. Äh. Bei dem war auf jeden Fall eine explosive Stimmung. Hahaha. Los, weiter. Ich will noch einen Shotgun-Kill machen. Ah, FIFA-Fan. Jawollo. Boah. Hat mir grad einer naschen redet. Schaff es. Aber hier, Meatan, der sprintet über 20 Meter. Eiler Typ. Ah, Meatan? Ja. Ach, der hatte dich vorhin auch immer gerettet, ne? Na, was kommt dein Nestung? Sehr schön. Ja, einer. Einer, der so ähnlich hieß, ja. Weiß nicht, ob er das war. Ich finde, Giants Shadow fast schöner. Ich auch. Ja, dann machen wir das doch. Oder hoffen mal, dass es wird. Und jetzt hab ich nicht auf die... Wer nichts wird. Wird wird. Wird wird. Jetzt hab ich gar nicht auf die Zahlen geschaut. Deshalb lass ich mich überraschen, wer der beste Squad ist. Ah, Platz 2 nur. Was? Ja, wie kann das sein? Ja, ich war aber auch nicht so gut. Aber ihr da draußen, ihr wart super. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid halt die Besten. Und wir sind der Breezer, der Quarto und der Fabian. Bis zum nächsten Mal.